tja was zur hölle es funktioniert ob es funktioniert oder nicht das weiß ich jetzt nicht ob es funktioniert hat oder nicht das sieht ja wenn das licht angeht und sonst wenn es jetzt ein zweigeteiltes video sein sollte was ich zwar nicht hoffe aber was vermuten was meine vermutung ist wird einfach die appart hochgeladen nur weil ich hier höhere fps habe und so spielst du spielen kann jetzt jetzt ja schon ich kann auf einmal viel besser immer noch an den fps ich kann nicht cod unter 30 fps spielen das funktioniert nicht okay hauptsächlich schießt du so fett an und was zur hölle ja immer noch der helikopter von dem typen okay so ja 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 du hast es jetzt und ich stürme die scheiße einfach no matter what because we are the kings jonge so okay wieder dann so hinten stand grad so ich kann so nicht gut immer schon besser als vorher auf jeden fall alle warum kämpfen warum ist wieder in der ecke kämpfen das verstehe ich nicht auch dieser helikopter was war das hatte ich sie nicht drauf gehalten habe gott ich habe jetzt schon die erste Herausforderung für die Waffe geschafft lasst bei mir dass ich jedoch Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.